Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Battlefield 4 mit der 1185 A2, der Deagle, auf Sabot Rush. Ich laufe direkt zu Bravo und Plente. Nein, ich mache es doch nicht. Und bumm. Genau. Hätte ich eigentlich wissen sollen, dass da alle rumcampen. Dann mache ich halt eiferscharf. Oh, nein. Warum frisst der wieder nichts? Das ist doch nicht normal. Kann man sagen, es ist normal, dass die... Egal, immerhin habe ich... Die Endkunden haben nur noch zwei Dinger gebraucht. Boah, wie viele haben die denn, ey? Reicht doch mal so langsam. Ähm, okay. Ich habe den jetzt zwar nicht gesehen, aber... Ja. Läuft echt gut. Also, ja. Muss ich mal so sagen. Komisch, dass da drin keiner ist. Sonst ist immer in den Gestrüpp mindestens einer. Jetzt dieses Mal plötzlich da oben. Okay, Alpha wird scharf gemacht, dann glaube ich zu Bravo. Warum geht das Scheiß-Tier nicht kaputt? So. Bravo has been planted. Vielleicht kriege ich Alpha auch noch mal scharf. Verdammt. Ja. Alpha hast been planted. Und jetzt hast du es nur noch warten. Warten, um zu getrunken. Das war schon mal Nummer eins. 2x65er-Kill-Hilfe läuft. Und schon. Na, das ist auch Nummer zwei. So langsam wird wieder. Frag ich dafür gar nicht, ja. Ich bin Sanitäter, brauche ich zu hinten. Okay, Alpha ist scharf. Er macht dann wahrscheinlich Bravo. Das war's für heute. So... Egal, ich mach's jetzt wieder einfach. Okay, das war einfach. Scheiße. Immerhin hat einer ihn. Obwohl... Guck mal, ob mein Spiel läuft, aber wahrscheinlich nicht, so wie ich die alle kenne. Nein. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht. Boah. Instant... Alter, okay. Boah, kennt ihr das, wenn ihr so gerade eben voll den guten Run hattet und dann nur noch im Stück verreckt? Das ist so ein Scheiß. Zum dritten Mal jetzt hintereinander verreckt. Glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zu oft. Todesprung! ist auch nicht oft und ich treffe wieder so gut wie gar nichts ähhhhh, hier geht die ohhhh, dieser Spawn ey mann oh, geil ist sogar noch ein relativ guter bitte schön nicht schon wieder eine? seit wann ist der da? ich hab den gar nicht gesehen seit wann ist der denn da? ok, ist ja gut jetzt soll der Hena schön bis nett stein das ist das ist das ist Hallo? Hey, wo war denn der? Ach so, der kommt da. Komm da runter gefluttert. Hallo? Komm zurück. Buddy. Okay, mein letztes Mech. Danach bin ich wieder. Oder ich bin tot. Bombeenschaft. Nein. No way. Okay, jetzt alles oder nichts. Ah. Ah. Yeah. 360 und so. Ah. Fuck. Komm zurück. Ich könnte dir nur nichts an mir geben, leider. Ich möchte das, sehe ich aber anders. Oh. Wie ich diesen Nate teilweise hasse, da die so gut wie null Schaden macht. Wenn sie nur neben einem fliegt. Wenn sie nur neben einem fliegt. Nate. RPG. Okay. Oh. Oh. Noch 38 haben wir. Oh. Das wird knapp. Das wird mehr als knapp. Na super. gut. und so und Außenrum ist ganz mal so eine schlechte Initiative. Und schon wieder das, bei dem nur die Bound Reduction war. Ich wäre bei der Aktion jetzt draufgegangen. Mit Glück ist es dann jetzt gleich zu Ende. Jetzt erstmal noch hier schön alles zusmoken und so weiter. Warum zieht der mich durch rein? Komm, geh hoch, bitte geh hoch. Das ist jetzt so... Ja! Nice! Puh, okay. Das war auch wieder eine relativ gute Runde, muss ich sagen, oder? Ja, 32, 13. Kann man immer machen. Das war's auf jeden Fall wieder mit dieser Folge. Haut rein Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!